Mein Name ist Jennifer Wojcik und ich bin hier bei FIA Data für die Prozessintegration zuständig. Ich kam im Jahre 2009 zu dm. Ich steckte damals in schwierigen persönlichen Verhältnissen. Ich war im fünften Semester und konnte eben nicht mehr weitermachen, habe mich dann spontan beworben, habe eine Stellenausschreibung gefunden bei dm, die sehr gut auf mich gepasst hat. Wenn man hier eingestellt wird, dann ist es nicht so, dass da ein Personalverantwortlicher sitzt und die Einstellungen macht, sondern es ist tatsächlich auch das Team. Und dann kommen die Kollegen auf einen zu und nehmen sich eine Stunde Zeit und erklären die Arbeit. Das war eine ganz, ganz nette und liebevolle Einführung. Natürlich war das für mich eine Firma, die ganz oben auf der Liste stand. Eben aufgrund der Kultur, der Philosophie, eigenverantwortliches Arbeiten. Der Mensch, der hier arbeitet, ist auch ein Mensch und keine Nummer. Das ist eine Geisteshaltung hier, die spürt man, wenn man hier reinkommt. Ich habe damals schon vegetanisch gelebt. Mittlerweile bin ich sogar vegan und bin umso glücklicher, hier arbeiten zu dürfen, weil es eben auch überhaupt in keinem Zielkonflikt steht. Wir leben nicht dogmatisch, auf keinen Fall. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das bewusst durchführen möchte. Und zu Hause achte ich auch sehr darauf. Ich weiß nicht, wo mein Weg hingeht. Ich mache mir wenig Gedanken über irgendwelche Positionen, die ich besetzen möchte, sondern eher darüber, wie ich mich einfach fühle und wie ich mich fachlich weiterentwickeln kann. Ich weiß nicht, wo mein Weg hingeht. Ich weiß nicht, wo mein Weg hingeht. Ich weiß nicht, wo mein Weg hingeht.